So, guck mal, hallo Liam, ich bin's der Papa und ich schicke dir heute ein Gruß aus New York from Times Square und ich wollte mal die Gelegenheit nutzen, dir mal die Feuerwehr aus New York zu zeigen. Die fährt nämlich jetzt gerade an mir vorbei. Warte mal ganz kurz, wir schauen mal eben. Oh, ich glaube, die hält sogar da. Also, dann lass uns mal eben kurz rüber gehen und wir schauen uns mal das Ganze genau an. Und das hier ist jedenfalls der Times Square. Also, so sieht die Feuerwehr aus in Amerika, besonders in New York. Also, einen ganz dicken und lieben Kuss schickt dir der Papa aus New York. Ich bin bald zu Hause, ich freue mich ganz doll auf dich. Bis denn, tschüss.